Leider, ich wollte ein bisschen mehr filmen. Habe ich allerdings nicht. Sorry, aber wird schon. Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich war gestern in Soß gewesen auf der Allerheiligen Kirmes. Ich habe da ein bisschen gefilmt. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr filmen, aber irgendwie waren mit Kumpels da gewesen. Und ja, ich war eigentlich immer nur am Quatschen dort gewesen und ein bisschen Alkohol getrunken. Danach war ich noch im Zeller gewesen. Ja, dann nach Haus. So ein Kumpel gefahren, gefrühstückt. Und ja, das war gestern mein Tag. Leider, ich wollte ein bisschen mehr filmen. Habe ich allerdings nicht. Sorry, aber wird schon. Jetzt zeige ich euch wenigstens die zwei kleinen Ausschnitte, die ich da gefilmt habe. Einmal auf dem Kettenkarussell und einmal vor so einem Honigpunsch-Stand. Und haben wir auch Honigpunsch getrunken. Gut, viel Spaß. Gut, viel Spaß. Musik Musik So, ich hoffe euch hat das Video gefallen und so, ich werde da meinen YouTube Kanal, äh, Let's Play Kanal verlinken und da meinen YouTube Kanal verlinken, genau, so rum war das, glaube ich. Und, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt, was ich vielleicht beim nächsten Mal machen könnte oder was ihr gerne sehen wollt oder, 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 ich probiere es zu machen, natürlich, alles schaffe ich auch nicht, aber ich probiere es. Also, bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen, ciao. Musik 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 Musik